90% sind psychosomatisch, auch Krebs, weil du so viel denkst und zweifelst und dich gar nicht freuen kannst und dein Immunsystem ist deprimiert. Und wenn dein Immunsystem ganz unten ist, dann kannst du sehr schnell krank werden. Und viele meiner Patienten, die zu mir kommen, wenn ich da ein bisschen mehr erfahre, dann hör ich sie sagen, ich habe hier Stress und ich zweifle da und das bedrückt mich. Und du kennst, die vier Krankheiten in Deutschland sind auch ein Rückenschmerzen. Und eine der vier am meisten verbreiteten Krankheiten in Deutschland ist unter anderem Rückenschmerzen. Viele sagen so, von meiner Jugend an arbeite ich sehr schwer und ich tue das und ich tue jenes. Und darum ist mein Rücken kaputt gegangen. Aber ich sage immer zu ihnen, Es kann nicht durch die medizinische Statistik wirklich belegt sein. Auch wenn du nur im Bett liegen würdest, Dein Rücken oder dein Rücken kann auch kaputt gehen. Es ist nicht unbedingt durch die harte Arbeit. Und heute hier in Deutschland sagen sie, Und heute hier in Deutschland sagen sie, Because of that, destiny, 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 destiny. And you know it's not about that. Darum geht es nicht. You know something, I have met people, Ich habe schon Leute betroffen, Die mehr als 80 Jahre alt waren. You know something, As I did an MRI, To the sky, The believer. Als ich einen Menschen mitgemacht habe, Oder so eine Erzählung. You know something, Ein Patient, der war sogar 80. You know, Seine Wirbelsäule war wie von einem 20-Jährigen. You know, Seine Wirbelsäule war wie von einem 20-Jährigen. He said to you, Are you 20? So that's why I am very, I am very serious about Carla. Darum will ich sehr ernsthaft Über Caleb. Because, Caleb said, I'm still even so strong, Like 40 years ago, If you send me as a spy. Er sagte zu Mose, Ich bin immer noch so stark, 40 Jahre vorher, Als mich als Bion ausgesandt hast. Weil er an Gott geglaubt hat. That's why when you believe and have faith in your God. Because he said, The Bible is very clear, Nothing can touch you. It's not only enemies. It's not only people. It's not only the situation. 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 I am still young, I am still young. It's not even the situation. I am still young. I am still young. Ah, okay. That's why Church, You have to hear the Gospel. Remember Sarah. Denkt an Sarah. Auch wenn sie 80 Jahre alt war, sie war immer noch wie... Sonst hätte der König nicht nach ihr gefragt und sie in seinen Haaren aufgenommen. Die Bibel ist großartig. Darum lest eure Bibel. Sehr, sehr, sehr leidend. Lest sie sehr, sehr. Sagt an euren Schäfer, bitte, Lest eure Bibel. Ich möchte euch heute helfen. Nein, ich will nicht helfen. Ich möchte euch mit euch erzählen, damit ihr die Substanz der Fall wissen. Die Essenz des Glaubens. Okay, bitte. Weil in Jesus Christus seid ihr alle eine neue In 2. Korinther 5.17 Und es sagt, Therefore, 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 If anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone. The new is here. That's why there is two you's. The old you is defeated you. The old you is the sickness you. The old you is the depressed you. The old you is the doubt you. The new you. That's why there is no sleeping you. The old you that can't sleep you. That old you that don't have rejoicing you. The old you is the thing that always defeated you. That old you is the thing that always defeated you. But in Christ Jesus. Is you a new creation. The new you is the bless you. Das neue Du ist das Gesegnete. Das neue Du ist das Rejoice in dir. Das neue Du ist das Favour von Gott für dich. Das neue Du ist das von Gott Favorisierte. Genau das. Und dann, das neue Du ist das... Bless, I already said it, right? Ja. Okay, das ist okay. Okay, okay. In deinem neuen Du gibt es keinen Zweifel. Das neue Du hat den Heiligen Spirit in dir, der Jesu von dem Tod hat und er reside in dir. Das neue Du hat die Kraft Gottes in dir. Das neue Du hat die göttliche DNA in dir. Das ist, warum ich dir sage, du bist nicht einfach nur einfach ein Mensch. Du bist nicht ein gewöhnlicher Mensch. Du bist die neue Kreatur in Jesus Christus. Du bist wie Gott. Du bist wie Gott. Amen. Das neue Du in dir ist grenzenlos, ist limitlos. Das neue Du in dir ist grenzenlos, ist limitlos. Ist nicht begrenzt, weil Jesus Christus ist nicht begrenzt. Amen. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, ich bin unbegrenzt in allem. Amen. 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 Das ist, das ist, das ist, okay? Das ist, das ist, das ist die neue Kreatur. Das bist du, du bist die neue Kreatur und ja, denke nicht, du musst immer in dem Alten leben. Du bist immer noch das Alte. Krankheit ist nicht dein Anteil. Habituale Bindungen, negative Bindungen sind nicht dein Anteil. Aber du bist der von Gott Favorisierte, du bist gesegnet und alles hat Gott für dich vorbereitet. Und das ist, warum in der nächsten Kapitel, Ephesians 1, Vers 3, es ist sehr klar, es sagt so, Ephesians 1, Vers 3, es ist sehr klar, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every, say to me, with every, with every spiritual blessing in Christ Jesus. Darum ist es ganz klar geschrieben in Epheser 1, Vers 3, Das heißt, du hast jeden Segen, den du brauchst in deinem Leben. Alles, 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 was du brauchst. Every blessing that you need in your family, in your workplace, in your relationship, in your healthy, whatever it is, Church, you have it because you have Jesus Christ. Du hast jeden Segen, den du deinem Leben brauchst, in deiner Familie, in der Gemeinde, in allem, was du brauchst, du hast diesen Segen schon, weil du Jesus Christus hast. Er ist schon da. Amen. Aber manchmal haben wir Fragen. Pastor, warum passiert das nicht? You said this. No, I did not say this. The Bible said this. But why is that happening? I will go to that answer, okay? Ich will gleich zu der Antwort kommen. But you have to know first, that this is for you. Why is that because what Jesus did on the cross 2,000 years ago? You received this not because of your performance. You received this because of the performance of Jesus Christ on the cross 2,000 years ago. That's why I don't ever think that because you do good, you do this, you give to the poor, you serve in the church. God will bless you. No, you are blessed because you are Jesus Christ. So, how can you receive everything from this? How can you receive everything from this? By faith. By faith. By faith. By faith. That's why it's very, that's why last week I said, you have to speak out, speak it loud, your faith. That's why, how can, how, how, how can you get saved? How can you get saved? How can you get saved? Romans 10, verse 9. This is very important. I go again, I want to make a foundation for you. Romans 10, verse 9. Next, come on, next. Come on. Hello? Where is the spirit? Where did he go? Romans 10, verse 9. Romans 10, verse 9. Romans 10, verse 9. If you, if you declare with your mouth, Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Is this there, right? Is this there? That's why, listen to me, you have to speak it out loud. Open your mouth. Open your mouth. Okay? You cannot say, I have faith, but I want to still silence. You cannot say, I have faith, but I want to still silence. You cannot say, I have an opinion, but you keep silence and keep silence. You have to speak it out loud, your faith. That's why Jesus said, when you speak, when you have faith, when you speak out loud to the mountains to move, it will be moved. But we are, we think we are the secret agent of Jesus. Okay? You are not secret agent. You are not, not, not working in the silence. We are not secret agent. We are not secret agent. We are not secret agent. And you are not working in the darkness. Because you are the light of the world. Like Jesus said. Weil wir, weil du das Licht der Welt ist, so wie Jesus es gesagt hat. Darum können Menschen dich sehen, öffentlich. Und darum proklamierst du deinen Glauben auch öffentlich. Sag es laut. Like this. So if you declare in your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, and you are raising from the land, you will be saved. So simple as that. So by saying it out loud, it will multiply, it will bring out also your faith. That's why you receive everything of what God already prepared in Jesus Christ by faith. Darum alles empfängst du, was Gott bereits vorbereitet hat in Jesus Christus durch Glauben. So that's why in Ephesians 2, verse 8 until 9, it said, for it is by grace you have been saved, through faith, and it's not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can do us. So probably you said, but James said different, Pastor. Aber das Problem ist, dass dann manche sagen, aber in Jakobus steht es anders, Pastor. Because James said work without work there. Weil in Jakobus steht ohne Werke. I will tell you about that. Ich werde euch darüber auch noch durchführen. Because James and Paul, they are dynamic duo in grace, proklamm. Aber Jakobus und Paulus sind dynamisch, beide dynamisch im Proklamieren der Gnade. Because they are like Batman and Robin. Like Batman and Robin. Or Robin and Batman. What else? Okay. Because you will see how James talked about the work and the faith, and it's, 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 it's real the same in Paul. Ihr werdet sehen, dass auch Jakobus und Paulus über die Gnade sprechen. Because a lot of people, when they, when they, when they, hello, a lot of people, when they preach about the, preach about the gospel, mixture of the gospel, oh, what do you mean? Oh, what do you mean? Das Problem ist, wenn viele Menschen ein gemischtes Evangelium they misused what James said. Sie missbrauchen, was Jakobus gesagt hat. And they said, you have to perform. Sie sagen, du hast, äh, zu perform, du hast es, äh, ja auch zu tun. And when you're not doing it, wenn du es nicht tust, your faith is not perfect. Dann ist dein Glaube nicht perfekt. But James didn't mean like that. Aber so hat es Jakobus nicht gemeint. Okay, we will touch on it. But what they, both of them said is faith. Aber was sie beide eigentlich sagten, ist Glaube. And faith is the substance from everything. Und Glaube ist die Substanz von allem. So, because without faith, you are not walking under the grace. Ohne Glauben kannst du nicht unter der Gnade oder in der Gnade kommen. And last week I already told you that faith is the spirit. Und, äh, letzte Woche habe ich euch gesagt, dass Glaube ein Geist ist. And, and that's why you say, as God saw Joshua on Kellan, he said, both of them have, had a different spirit. und als, ähm, Gott sagt, im alten Testament, als die Spione zurückkamen, und, äh, Joshua und Kaleb hat Gott über sie gesagt, sie haben einen anderen Geist in sich. The faith of, the spirit of faith. Den Geist des Glaubens. And we have this. Und wir haben ihn. We have the spirit of faith like, like Caleb and Joshua have. Wir haben den Geist des Glaubens so wie Kaleb und Joshua haben. The Bible said it. That's why faith is very important in the living of the believer. Darum ist Glaube sehr wichtig im Leben des Gläubigen. And that's why the Bible is very clear. You cannot go to Hebrews 11, 4, 6. Look at this. And without faith, it's impossible, it's impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Do you know something? The Bible is very clear. When you want to please God, is that because you're self in the church? Is that because you're coming every Sunday in the church? It's not because you're doing something for God. No, no, no. But the Bible is very clear. You can only please God. you can only the only thing that you can please God that you have faith in him. Amen. Once again, without faith is impossible, it is impossible, impossible to please God. Ohne Glauben, wirklich ohne Glauben, aber ist es unmöglich. Es ist unmöglich, ohne Glauben, Gott zu gefallen. That's right. Listen to me. As you have faith in God, and God see your faith, the Israel please will do. and that's why you probably ask me what kind of faith has happened. Faith in what Jesus did on the cross. Faith in what the Son has already did for you and for me. And that's why you have all the love of God for us. That's why in Mark 11, verse 22 it's very clear have faith in God, Jesus' answer. Darum Markus 11, 22 ist sehr klar und Jesus antwortete und sprach hab Glauben an Gott. say to your name, have faith in God. Come on, say it. Sag so nach man hab Glauben an Gott. Okay? Have faith in God. It's very clear from Jesus. Just have faith in God. Not have faith in your wisdom. Not have faith in your bank account. Not have faith in your whatever whatever it is that you have. But you have faith in God. Amen. Believe in him. That's why in Genesis 15, verse 6 And Abraham and Abraham believed the Lord and the Lord counted him as righteous because of his faith. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnte ihm als Gerechtigkeit an wegen dem Glauben. Every Jew people, every Hebräer, every Jew, every Israel know that Abraham meant righteous because he believed in the Lord. Jeder Jude, jeder Hebräer, jeder Israelite weiß, dass Abraham gerecht wurde, weil er Gott glaubte durch sein Glauben. But James said if you will see this is the point of James You have to know as James wrote his book and his letters he was the he was the he was the he pastoring the church in the most legalistic town in this in this in this in this in this earth. Er hat die Gemeinde oder er hat die die Gruppe in der in der meisten legalistischen Stadt betreut. You know? Where is it? Where was it? Jerusalem. In Jerusalem. Okay? The Jews think that they are the Holy One, the Chosen One and everything and everything. Und die Juden dachten sie sind die Außerwählten und sie sind die Heiligen. That's why James was pastoring on that church. Jakobus hat sie betreut dort. Now I want to open the secret for you. Okay? Are you ready? Go to James 2 verse 14 until 26. Look at this. Follow me. Just follow me about this. Okay? What God is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can start faith, save them? Next. Suppose a brother or sister is without clothes and dirty foot. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. but someone will say, you have faith, I have deeds, so your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God, good, even the demons believe, and they are tremendo. Next. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Look at this, and this is the secret, this is the secret. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar on the tomb? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And look at this, listen to the secret again. And the scripture was fulfilled that says Abraham believed God and it was credited to him as righteousness and he was called God's friend, the default. You see that a person is considered righteous for what they do and not by faith alone. and you think, what are you talking about? Right? But in German first, come on. I want to teach you, I want to teach you to me. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber in seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not, sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihm sagt, ich wünsche euch alles Gute und ich bekomme ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was nützt ihm das, wenn ihr ihm nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist, er ist tot. Und könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Glauben kann ich dir zeigen, du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt, gut und schön, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will. Erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater, sogar er fand vor Gott Anerkennung, nachdem er getan hatte, was Gott von ihm verlangt hatte. Er war bereit, seinen Sohn Isaac zu opfern, auf dem Altar zu leben. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehören Glaube und Tun zusammen und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar der Freund Gottes genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Okay, you go to my presentation from 21 until 24. I want to make open a secret for you. So look at this. As Jakobus wrote this, as James wrote was not our father Abraham. The example is Abraham. But look at what he wrote there. He wrote in 21 was not Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar you see all the Jews can stone James for what he said there because in Genesis 15 verse 6 is very clear right go to Genesis this is the book of Moses Genesis where Abraham believed the Lord and the Lord counted him as righteous because of what his faith and he said he this one he said because he did something he can be stoned because he said that he could he stoned but and he said you see that his faith in actions working together so don't make it the right folge wrong don't make it that he said very clear so because the faith and his actions working together and then look at verse 23 he go back again to Genesis he said Abraham believed God and it's credited as a righteousness do you see it do you see it now so you see that he talked he because he talked to the most legalistic town in the world because the town Jerusalem is performance based you have to do that and do that and do this and do that and everything and you receive blessing or you receive curse that's why James is very clear because Abraham believed first and he as God said I want your son he gave that that the action of the faith that is first the faith and then the and the faith become lifted up no it's not that what James meant that's why he pictured it through things he said he said what 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 the Torah said Abraham believed God and created righteousness Jesus and then he did what God said for him because he believed that's why in Hebrew it's very clear Abraham believed God even he killed Isaac God can still resurrect him Isaac that's kind of belief church and that is not because of performance that's why you have to be very careful when you read James and all of this is the very secret of what James wrote because Abraham believed said James and now he did it that's why faith and his action working what together so you cannot say I'm working first and then I have faith no it's have to be working together but the first thing to have faith and you do it because you believing God will do everything for you in abundantly Wenn ich in den Himmel gehe, ich werde in den Himmel gehen. Wenn ihr sagt, ich gebe an, nein, ich gebe nicht an. Weil ich einen Vater habe, der mich liebt. Und ich glaube in Jesus. Wenn ich in den Himmel gehe, ich frage alle für ihre Signature. Dann werde ich beide um die Runterschrift fragen. Please, in my breast. One James, one Paul. I've entered. Are you clear with this now? Are you really clear? Okay. That's right. And when we go through, he talked about Rahab. Darum, wenn wir über Rahab gesprochen haben. When you read it, go about Rahab again. About Rahab. The story of Rahab. The prostituierte. And you know Rahab believed that the Israel God is the mighty God. Rahab glaubte, dass der israelitische Gott der mächtige Gott ist. That's why he accepted the twelve spies in her house. That's why, listen to me. Faith and deeds working together. Amen. But the question is, what's the substance, Pastor? How can Abraham, Rahab and all the people in the Hall of Fame can do like this? Why can Rahab and Abraham and all the people in the Hall of Fame do like this? They have faith, yes. They have faith, yes. And that's why Hebrews 11 verse 1, look at Hebrews 11 verse 1, Now faith is the substance of things from thought, the evidence of things not seen. What is the substance in the faith that we have to have it? So that we can, that our faith and our deeds can work together, that our faith and our faith can perform together. You know, what is the substance now? And this is what I want to share with you today. And this is what I want to share with you today. Galatians 5 verse 6. And you know, as God gave me this, 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 this Bible first. You know something? You know, I don't care whatever happens, you know. I mean, I'm not, but, 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 but even a recent crisis, even a depressing, even whatever, I still can rest in my, in the depression of my world. And when you know, and when you catch the secret, you can still sleep, even there is a storm. Like Jesus sleep, when there was a storm there. It's very simple. The simplicity of Jesus Christ, okay? It's the simplicity of Jesus Christ, okay? For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything. But, look at this. Faith working through love. Galatians 5 verse 6. In Christ Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. So, faith is working through love. Glaube wirkt durch die Liebe. And don't ever think, this is your love. This is not your love. But this is your father's love. That's why the definition of love, look at this. Next. The definition of love is 1 John 4 verse 10. This is the definition of love. Not that we love God. But that we love us. And send his son as an atoning sacrifice for our sins. So faith working through love. Faith working through love. And the love is not your love, but the father loves for you. And this love is not your love, but the father loves for you. The secret is this. About your faith. About your faith. That you are very conscious. That God, that your father loves you. That God, that your father loves you. That God, that your father loves you. And the proof for them. That you see the cross. When you see the cross. You know, that your father loves you. Whatever happens in your life. Whatever mistake that you did. Whatever sin that you produce. Whatever whatever happens in your life. Christ Jesus in you. And you know him as your lord and pronounce him as your savior. Und du kennst ihn als dein Herrn und du sprichst es aus, dass er dein Retter ist, als neu geborener Mensch. Was auch immer passiert in deinem Leben, der Vater liebt dich. Wenn du einfach daran wirst, in diesem Bewusstsein, wenn du am Morgen aufwachst, und du schaust in den Spiegel, und du sagst dir, du bist so geliebt bei Gott. Auch wenn da Stürme sind, auch wenn da Herausforderungen sind in deinem Leben, als sagen, ich bin so geliebt bei Gott. Egal was Menschen sagen, oder irgendetwas in deinem Leben, du kannst immer sagen, Gott, mein Vater, der Gott dieses Universums, liebt mich. Du kannst es sagen, was immer auch in deinem Leben passiert. Du kannst schlafen, was immer auch in deinem Leben passiert. Du kannst Frieden haben, was immer auch passiert. Weil du weißt, dass Gott dich liebt. Das zu wissen, was immer auch in deinem Leben passiert, was immer auch in deinem Leben passiert, dass Gott dich liebt. Alles, was er sagt, alles, was er verheißen hat, im geistlichen Raum, dass wir hoffen, dass du einfach in diesem Bewusstsein, dass Gott dich liebt, Es wird die Hoffnung bringen, es wird das, was du hoffst, in die Realität bringen, im Selbst. Amen. Ich weiß nicht, was du hoffst heute. Aber wenn du einfach darin dich ausgust, entspannst und weißt, dass der Vater dich liebt, was aber passiert, dass Gott, der Creator dieses Universums, dich liebt, dann wirst du Frieden haben, du kannst dich freuen, niemand kann dich angreifen. Darum ist Jesus sehr sicher darüber. Darum ist Jesus sehr sicher darüber. Deswegen ist er diese 5000 Menschen einfach in die Nahrung gegeben worden. Er sagte, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Weil bevor er seinen Dienst begonnen hat, sagte Gott, dies ist mein geliebter Sohn. Und weil von dem, was Jesus tat, bist du genauso der geliebte Sohn Gottes. So today in church, it's very simple. Faith is working through love. And your love. But the love of the Father for you. Whenever you see the cross, whenever you hear about Jesus, whenever you read the gospel, you know that God loves you. Wann immer du das Kreuz siehst, wann immer du etwas über Jesus hörst, wann immer du die Bibel liest, du weißt, Gott liebt dich. Und je mehr du dir dessen bewusst bist, kannst du einfach ausruhen und schlafen. Es ist kein Zweifel in deinem Leben. Da ist kein Stress in deinem Leben. Da ist keine Hektik in deinem Leben. Weil du weißt, dass Gott dich immer umgibt und dich immer umarmt. Sag zu deinen Nachbarn, weißt du, dass Gott mich sehr stark liebt? Und sie sagt, do you know that God is my father? Und sie sagt, do you know that my father never angry with me? Und weißt du, dass mein Vater niemals egal dich mit will? And they said to them also, do you know that my father loves me and I am a beloved one? And I am the only one that beloved one? Do you have to say that? Okay, weißt du, dass mein Vater mich liebt und ich bin mein geliebtes Kind? Amen. When you live with this, the faith will drag everything, that God already put for you in the heavenly realms. Man will der Glaube alles hervorbringen, was Gott dir bereits gegeben hat, im geistlichen Bereich. Und ich kann das jetzt mit meinem Geist fühlen. Jemand hierherkam, der hat dann rein bezweifelt, du hast jetzt Friede empfangen. Und du weißt, dass du jetzt Freude empfangen hast. Und das ist warum in Galatians, ich will das mit diesem. Was passiert? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Landmut, Freundlichkeit. Gmütetreue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Das ist das, was Abraham produziert hat. Er war treu. Er war verwurzelt im Werk der Liebe durch Glauben. Er ist verwurzelt da. Er ist verwurzelt da. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Und er wird dich niemals enttäuschen. Er liebt dich. 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 Und er liebt dich. 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 Ich werde die Menschen mit Freude und Freude erleben. Und in diesem Raum sind jetzt Leute mit Selbstbeherrschung, oder? Aber die Wurzel ist, Gott liebt dich. Geh da mit Gemeinden. Gott liebt dich. Nimm es für euer Leben. Egal was passiert. Er liebt euch. Dein Daddy legt dich. Und empfange alles, was er schon für dich vorbereitet hat. Amen. Ich sage es wieder zu deinen Nachbarn. Mein Daddy Gott liebt mich selbst. Sag nochmals zu deinem Nachbarn, mein Daddy Gott. Give Jesus praise, come on, church. Ich sage es wieder zu deinem Nachbarn. Ich sage es wieder zu deinem Nachbarn. Ich sage es wieder zu deinem Nachbarn.